Wir sind hier oben auf Verbündete gestoßen. Wir sind dahinter, kommen zur Verstärkung! Wir sind dahinter, kommen zur Verstärkung. 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 Schockradate geworfen! Wir sind dahinter, kommen zur Verstärkung. Wir sind dahinter, kommen zur Verstärkung. Aufmachen, Soldat! Wir sind dahinter, kommen zur Verstärkung. Okay. Wie laufen meine Befehle, Captain? Du kommst mit uns, Ethan. Ja, Sir. Das ist keine Übung, Captain. Keine Worte. Einem Nureen. Mein Team steht, Sergeant. Danke für Ihr Vertrauen, Sir. Dann heben wir mal ab. Aber da ist dasst, wie, Dann helfen wir Tigris. Roger! Starterlaubnis erteilt! 3-2 startet! 3-1 voller Nachbrenner! Sky 1-2 gestartet! Wir halten diesen Hafen nur, wenn wir die Luftfeuheit zurückerlangen. Räumen wir auf und drängen die SRF aus diesem Luftraum! Feuer! Feuer! Zwei zerstört! Vom rechts, Lieber! Vom rechts! Ich bin markiert! Ziel erfassen! Noch ein Geschütz zerstört! Ziele auf 11 Uhr! Bleiben wir dran! Wir drängen sie zurück! Wir haben verschlägt! Das sind Leckraketen! Die Küstenbach-Jekylls sind da nicht drauf ausgelegt! Tigris, wir brauchen etwas zur Chancengleichheit! Roger Sky 1-1. Wir haben eine Raketenvorratsdrohne bereit! Markieren Sie die Position! Flieger vor dir! Flieger! Westen und Anfänger! Weitliche Erfassung! Die Flieger Abbotenunterstützung! Wie ist die Lage? Fast fertig. Die Basis ist bald gesichert. Nur noch ein paar. Schießen wir sie ab und treffen der Tigris. Habt gleich. Skars, wir haben AJAX im Kampfgebiet. Diese Kampfschiffe angreifen. Abschießen. Alle Teams, die Kampfschiffe angreifen. Auf ihre Waffensysteme feuern. Was ist hier? Was ist hier? Schauen wir uns jetzt runter. Jetzt sind wir weiter. Sie werden so auf den Weg. Abschießen wir uns wieder. Ach so! Guter Schuss, Käpt'n! Kommen wir nicht an ihren Gegenmaßnahmen vorbei. Um, aufheizend! Aufheizend! South by! Aufheizend! Leer von der Luft auf der Beste! Aufheizend! Gute Schuss, Radar! Gut gemacht, Scars! Gut gemacht! Haufen gesichert, Käpt'n! Bestätigt! Scars! Sammeln für Orbitalstart! Zerstoffen! Steigen wir aus! Reyes, sind in Position! Warten dort! Gut gemacht, Marines! Transport organisieren! Wir treffen uns bei der Retribution! Verstanden! Das dann! Wir grünen der Obeltennis! Raider! Tigris hat einen Backbord-Motorschein! Er bitte sofortige Unterstützung! Raider wird an Bord des Kriegsschips gehen und es ausschalten! Warten Sie! Wie ist der Interplant, Käpt'n? Wir gehen über die Backbord-Buchseite rein und dann schwerelos zur Brücke! An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampfsysteme! Verstanden! Nach Deaktivierung gehen wir über die Frachtrampe raus! Bestätigt! Tigris greift an, wenn wir bereit sind! Da ist unser Großer auf 12 Uhr! Im Blick! Tigris, haben Sicht! Bestellt die Gesicht! Deckungsfeuer! Komm mit rein, Raider! Dir nachfiebern! Auf die Flack aufpassen! Sehe ich! Küstenwacht, Jerkel, abgeschossen! Absprung, Schuhe raus! Absprung in drei, zwei, eins! Los, los, los! Eins, zwei, drauf! Eins, eins ist raus! Wir sind direkt voraus, Sir! Gut, gehen wir! Feindkontakt! Ausschalten! Vordringend zur Brücke! Wir brauchen Unterstützungsfeuer bei dem Skeltz! Weiter vor! Oh! Oh! Selbst zufrieden! Abine! Kontakt bei den Kösten! Achtung, die Räger in der Vox! Feind die Momente! Auf die Hauften! Okay, off the pressure. Tegres sind außen an der Brücke. Bereit für den Durchbruch. Verstanden. Warte. Los, rein da! Staff Sergeant, den Ausgang decken. Ethan, Primärwaffen ausschalten. Ein, Staff. Sword, auf die Fenster achten. Aktivierte Schärkraft. Ich hole die Offizierskarte. Die Karte schnappen und los, Käpt'n. Tegres, Primärwaffen erledigt. Weiter zu den Sekundären. Verstanden. Den Liftschacht runter. Los! Achter, Gefechtssteuerung in der Nähe. Leise. Sie wissen nicht, dass wir hier sind.